Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu SSO. Wir wollten mit Tinkhan sprechen. Komisch, dass ich spreche? Hö, hö, hö. Manche empfinden das so. Aber ich sage dir, dass das Komische nicht ist, dass ich sprechen kann, sondern dass du mich hören kannst. Nicht alle können mit Pferden sprechen. Dank der Zusammenarbeit mit den Druiden sind in dir die bemerkenswertesten Eigenschaften erwacht. Also, meine Liebe, zeig mir den Weg zu Alex. Ich habe keine Schuhe an, also reite nicht zu schnell. Also du weißt schon, ich meine Hufeisen. Wunde Hufe. Okay, dann mal los. Hey, ähm, hallo, stopp. Ich glaube, ich sollte dir doch den Weg zeigen, oder? Und nicht du mir. Das ist irgendwie ein cooles Pferd, gefällt mir. Sieht irgendwie so einzigartig aus. Na, komm, hopp. Aber ist doch ganz schön schnell unterwegs, das ist okay. Komm, zack, zack, noch einen Tacken schneller. Hm, sind wir wieder zu schnell. Wird der schneller, wenn ich schneller reite? Nee. Warum wirst du denn jetzt so langsam? Hallo? Ich finde den echt klasse, der gefällt mir irgendwie. Der Miene. Irgendwie total wuschelig aus. Okay, jetzt gibt er wieder Gas. Das ist schön. Haben wir es ja auch gleich geschafft. Ja, war ein bisschen. So, kommst du? Ja, was war denn das? So, da sind wir. Wir haben es geschafft. Juhu. Tinkan, Tinkan, mein treuer alter Freund. Endlich sind wir wieder vereint. Ich werde dich nie wieder verlassen. Es ist so schön, Tinkan wieder bei mir zu haben. Aber wie schade, dass er keine Hufeisen hat. Es gibt nur einen Typ von Hufeisen, die gut genug für Tinkan sind. Und diese befinden sich bei Elisabeth in Whaledale. Wenn du zu Elisabeth reitest, ihr von uns erzählst und die Hufeisen abholst, bekommst du ein paar brandneue weiße Reithosen von mir. Abgemacht? Okay, abgemacht. Dann auf nach Valedale. Ähm, da. So. Hallo. Oh, Tinkan ist zurück in Silverclad und bei Alex. Das ist gut zu hören. Die Bande scheint langsam wieder zusammen zu kommen. Auch wenn es etwas dauert. Danke, dass du uns so viel hilfst, Brielle. Jetzt gucken wir mal, wo ich diese Kiste mit antiken Hufeisen hinstellen kann. Da sind sie ja. Ich dachte schon, dass ich sie verloren hätte. Das hätte einen ganzen Tag dauern können, aber zum Glück habe ich sie gefunden. Nimm dieses Paket mit feinen, antiken, druiden Hufeisen und bring es zu Alex. Sie werden Tinkan passen. Okay. Dann wieder zurück und unsere Reithosen abholen. So. Und, ähm, das war da. So. Ich hab Hufeisen. Na, sieh mal einer an. Was für schöne Hufeisen. Sie sind wirklich gute Qualität, äh, Tinkan. Danke, Brielle. Hier sind die Reithosen, die ich dir versprochen habe. Ich habe sie nur für dich gekauft, meine liebe Freundin. Ich hoffe, sie gefallen dir. Schauen wir mal. Aussehen tun sie gut. Reiten. Springen, Befehl. Hm. Sie sind schlechter wie unsere. Na, verdammt. Aber sie sehen echt gut aus. Aber passen auch nicht wirklich zu unserem Oberteil. Aber unsere Stiefel kommen dann mal zur Geltung. Naja. Schade, schade. So. Ähm. Jetzt habt ihr hier nichts mehr für mich. Na, sowas. Dann gehen wir doch hinten zu, äh, Karl Franz von Silbergabel und gucken mal, wie wir ihm noch weiterhelfen können. Hallo? Hallo. Guten Tag, Brielle. Jetzt sind alle Lieferungen angekommen. Sie stehen dort hinten. Kannst du mir helfen, sie zu öffnen und zu kontrollieren, ob alles da ist? Ich traue mich selbst nicht. Stell dir, stell dir nur vor, es befindet sich Müll darin. Dann wäre alles kaputt. Okay. Ich sollte wirklich nicht so voreilig sein. Du hast ja recht. Schauen wir uns diese Lieferung zuerst mal an, bevor wir etwas dazu sagen. Hinterher kann man immer noch weinen und verzweifeln. Aber jetzt noch nicht. Ich bin bereit, Brielle. Öffne alle Kisten. Welche Kisten und wo? Ach da. Okay. Das machen wir. Die da. Okay. Auch okay. Und da sind noch Fässer. Okay. Ui, Pust. Das sind ja ganz... Das sieht... Sind ja ganz gut aus. Das sieht ja ganz gut aus. Die Tische und Stühle sehen zwar nicht so aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte, aber sie sind dennoch schön. Die Kissen und Tischdecken sind nicht umwerfend, aber ich kann mit ihnen leben. Das Porzellan und die Dekorationen, ein Teil des... Ein Teil des Porzellans können wir sicherlich benutzen. Ich werde die Baroness fragen, ob ich ein paar Dinge von ihr leihen kann. Okay. Oh, was für ein herrlicher Tag. Bis auf ein paar Details ist alles fertig und das Restaurant, diese Übergabe, kann schon bald eröffnen. Liebe Brielle, folge mir. Wir gehen aufs Dach hinauf, damit ich dir zeigen kann, wo die Gäste sitzen werden, während sie meine Köstlichkeiten genießen. Wir müssen einfach die Treppen hinauf. Beeil dich. Okay. Dann lass ich doch mal Braveheart hier unten stehen. So. Ab nach oben. Ah ja, okay. Das war doch nicht zu anstrengend, oder? Schau dir nur die Aussicht an. Das wird einfach spitze. Brielle, kannst du die Tische und Stühle für mich aufbauen? Ich bin leider handwerklich nicht so begabt. Du machst es? Brielle, was du alles kannst. Nimm einfach die Kisten und fange an aufzubauen. Okay. Wo sind denn die Kisten? Kisten? Achso, die Kisten. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, und das letzte Mal. Jawohl. Schau nur, wie schön. Vielen Dank, Brielle. Jetzt müssen wir nur noch die Sitzkissen, Tischdecken und anderen Dekorationen im Restaurant verteilen, sodass es schön wird. Kannst du mir dabei helfen, Brielle? Du musst einfach alles im Restaurant verteilen. Okay, machen wir. Jawohl. Ja, sieht doch nett aus. Und hier noch. Und der letzte Tisch. Oh, es wird ja immer schöner, Brielle. Mal sehen, ob ich noch ein paar Sachen von der Baroness bekommen kann. Aber es sieht schon sehr schön aus. Herrlich, Brielle. Jetzt haben wir alles. Dann machen wir mal auf, oder? Herrlich. Was? Ob ich etwas vergessen habe? Mal sehen. Meine Zettel sind zwar unordentlich, seit sie weggewählt wurden. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass ich etwas vergessen habe. Woran denkst du denn? Das Essen? Was ist mit dem Essen? Das Essen? Wie spät ist es? Ich habe den Koch ganz vergessen. Was soll ich nur machen, Brielle? Wie soll ich denn hier einen Koch finden? Ein Koch, der die internationale Küche beherrscht. Kani? Wer ist das? Er ist ein guter Koch? Ich habe wohl keine andere Wahl. Fragst du ihn? Danke. Uff, wie soll das hier nur funktionieren? Okay, auf zu Kani. Fragen, ob er kochen möchte. So. Juhu. So. Koch? Warum sollte ich jetzt Koch arbeiten? Ja, ich bin ein guter Koch. Nicht der Beste in meiner Familie, aber schon gut genug, um im Restaurant zu arbeiten. Ich koche aber nicht auf Bestellung. Als Koch zu arbeiten kommt also nicht in Frage. Keine Chance. Du solltest mit meinem Bruder Bani sprechen. Er hat vielleicht keine Lust mehr, Bauer zu sein. Als Koch arbeiten... Mein Vater würde sich im Grabe umdrehen. Er ist erst vor acht Jahren gestorben. Doch hätte er miterlebt, dass ich als Koch arbeite, wäre er sofort gestorben. Ich glaube nicht, dass Bani interessiert ist. Doch, kochen kann er, kann er gut. Frag ihn einfach mal. Ciao. Okay. Dann zu Bani. Okay, der steht da. Ja, genau. Gehen wir zu Steves Farm. Ich hatte erst gedacht, wir können vielleicht so rüber reiten und noch zu Mali. Aber ich denke, wir gehen dann doch so. So, vielleicht müssen wir ja noch zu Mali. Dann können wir da das Rennen noch machen. Hier machen wir jetzt noch eben schnell das Rennen von Steve. Ich würde das ganz gerne mal so ein bisschen mit einstreuen. Und ich komme mal so außerhalb der Aufnahmen nicht so wirklich viel dazu. Und deswegen fände ich das ganz nett, wenn wir das so ein bisschen hier wieder mit einfließen lassen. Nur so ab und an. Nicht immer und permanent, aber so ab und an mal. So. Huch. Ja, sicher. Gleich hängen bleiben. So, Braveheart muss so langsam mal Level 15 werden. Und wir haben ja auch noch Baby Love. Und die ist auch erst Level 7 oder so jetzt. Da muss auch noch mal ein bisschen gelevelt werden. So. Und dann gehen wir jetzt gleich weiter zu Barney und fragen ihn mal, ob er Koch werden möchte. Und dann gehen wir jetzt gleich weiter zu Barney und fragen ihn mal, ob er auch noch mal ein bisschen gelevelt hat. So, okay. Dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Und dann ab zu Barney. Ah, Auto. So, Herr Barney. Hallo, Brielle. Was machst du denn hier? Koch werden? Ich? Nein, nein. Ich kann sehr viel besser als Karnik kochen. Alle sagen das. Ich möchte jedoch nicht als Koch arbeiten. Du solltest mit meinem Bruder Malik sprechen. Er kann noch besser kochen als ich. Früher hat er immer mit unserem Vater zusammengekocht. Als unser Papa vor 15 Jahren starb, hat er jedoch sein Interesse am Kochen verloren. Vielleicht kannst du dieses Interesse wieder wecken. Sprich mit ihm. Ein Versuch ist es wert. Okay. Ja, mal gucken, ob sich irgendwann rausstellt, wann der Vater von denen wirklich gestorben ist. Man hat da ja jetzt schon zwei verschiedene Zeiten. Naja. Ich würde sagen, wir reiten dann im nächsten Part zu Marley und fragen ihn, ob er Koch werden will. Also, bis denn. Ciao, ciao.